Supergeekbox Wie heißt die Box? Supergeekbox 1,2,3 Hallo bei den Spielzeuggestern Heute machen wir die One One Ich will nur sagen One-Up-Box 1,2,3 Hallo bei den Spielzeuggestern Heute machen wir Ich wollte schon wieder die Supergeekbox Ja, richtig Das ist richtig Heute machen wir die Supergeekbox Juhu Das ist Opsala Das ist die Box für den Monat Juli unter dem Thema Sidekick Ich weiß nicht, Papa Aber nicht mit dem Mund ran Ja, aber nicht mit dem Mund ran Weil die Box hatten schon 100.000 Leute in der Hand Da geht man nicht mit dem Mund ran Haha Ich weiß nicht Den hier habe ich cool Richtig cool Den habe ich noch Das ist von Guardians of the Galaxy Wir haben Glück Zeig mal in die Kamera kurz Ne Von vorne Das ist die Rückseite Dancing Groot Das ist der Baum Und außerdem ist der Groot Ja Das ist ja süß Du hast deine Füße auf einer Babyborn Windel Kann das sein? Schieß sie mal weg bitte Die wird sonst dreckig Danke Super Super Sie haben nämlich gerade mit ihrer Babyborn gespielt Jetzt liegen überall Windeln rum Und Teller Kein Teller Ach du Lieber Schwer Schwer Dancing Groot Bubble Head Bewegt der Kopf? Ne Ja Siehst du? So wackelt der Zeig mal in die Kamera Der hat ein nettes Gesicht oder? Ja Guardians of the Galaxy So dann schauen wir weiter Guck mal man muss schnitzen Ja das ist so ein Bubble Head So ein Bubble Kopf Und man muss es so schnitzen damit er wackelt Dann Richtig Genau Wie so eine Waffeldacke Ich Ich hole mir jetzt was raus Okay Was cooles Was cooles Was auch ein Stück weißer Haar Ich hab gleich was gefunden Ich hab was gefunden Ich hab was gefunden Ich hole mir zu Äh gut Das heißt Für ihn ne Windel Ne Windel Ne Windel Wir brauchen auch keine Windel Weißt du was das ist? Nein Das ist wenn du zum Beispiel eine kalte Spreitdose hast Ja Oder mit Fanta Dann kannst du die da rein stellen Und dann hält die länger kalt Ist auch kalt Verstehst du? Das ist extra gerade im Sommer Dann kann man da seine Getränkedose rein stellen Oder seinen kleinen Baum Dann wird der schön kühl gehalten In der Sonne Guck mal Ja Ey Der Baum aus der Alpen zieht weiter runter Und doch Es nennt sich Bier Mooken Cola Ich nehm das größte Teil auf Ich nehm das größte Teil auf Äh Das sieht nach nem T-Shirt aus Und was hast du da drauf? Dazu hab ich nie gesehen R8D8 Piepp 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 Uppsala Die Schachtel ist umgekippt Ich mach das Ich mach das Hm Du hast das Jungs T-Shirt Achso Ne Gar nicht wahr Das ist für Männer Und für äh Die Kinder Ist dieses Und dann gibt es eins mit Herzchen Für Damen Piepp Piepp Und der hier bestimmt Das ist ein Bügelbild Süße Das ist ein Bügelbild Das können wir auf ein T-Shirt bügeln Das ist ein kleiner Wauzi Was In einem Sack Nein Das bin ich nur etwas anders gemacht Hm Da bin ich Da bin ich als Raupe gekommen Okay Da dürfte nicht mehr so viel drin sein Wahrscheinlich noch die Üblichen Buttons Oh doch Was ist das? Oh Aufkleber Das sind keine Aufkleber Sind es nicht? Doch das ist ein Aufkleber Schlüsselanhänger Jetzt hast du die Ecke schon so müde gemacht Hier siehst du? Danke, danke Ein großer Aufkleber Ein großer Aufkleber ist das Cool Oh Eine Kette Sieht nach Super Mario aus Der kleine rote Ein Kette Ein Kette Also hier weiter Hm Ist da noch was drin? Der Button, oder? Nein, es ist eine Stricknade Von dem roten Das war die Super Geekbox Für den Monat Juli Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern Tschüss Wenn euch das Video gefallen hat Macht den Daumen hoch Und nicht vergessen unseren Kanal kostenlos zu abonnieren Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen Und dann Fünf Stück Oh ne Hahahaha